Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich muss eigentlich ein Intro machen, aber ich hasse das immer. Soll ich mich umdrehen beim Intro machen? Wenn du dir das lieber alleine machen willst, warte. Nein, nein, alles Gute. Ich muss es ja hinkriegen, ich muss es ja hinkriegen. Wie ist es eigentlich bei dir mit dem echten Namen? Oder soll ich einfach Fitti sagen? Kannst Fitti sagen, kannst auch Dirk sagen. Ich höre auf alles, ne? Okay. Kannst auch Homeboy sagen. Sagt man Homeboy heute noch? Nee, ne? Dude sagt man auch nicht mehr, oder? Ja, Bro sagt man. Bro, ne? Bro inzwischen. Oder Brother oder Broter. Hauptsache, man hat die richtigen Homies dann noch am Start. Ja, das sind die Bro-Bros dann. Die Bros for life. Ja, ja. Ich finde es lustig, weil darüber habe ich mal nachgedacht und auch ab und zu mal gelesen auf Social Media ist es ja so, es schreiben voll viele so Zitate, ja, mit deinem echten Freund hast du nie Fotos, sondern du hast einfach die Dinge erlebt und hast es nie irgendwie auf dem Foto festgehalten oder so. Und ist so. Ist tatsächlich so, ja. Also ich habe, glaube ich, mit meinem besten Freund kein einziges Foto. Nee, aber ich habe mir irgendwann mal so gesagt, dadurch, dass man ja viel im Social Media Bereich selber auch unterwegs ist, man filmt wirklich alles Mögliche mit und du genießt ja eigentlich nie den Moment. Ich erwische mich dort immer im Urlaub meistens, wenn man irgendwo ist und da voll die geile, with a good view oder was, ne? Da stehst du dann, hältst du mit dem Camper irgendwo an und dann denkst du, Alter, wie schön ist das denn hier? Und dann hast du einfach das Handy und filmst so, filmst durch. Und dann steigst du schon wieder ein und bist weg, ne? Und das hast du dann irgendwie nur durch dieses Handy-Display gesehen. Ey, voll. Bist du einer der Urlauber, die dann mit 5.000, 6.000 Fotos nach Hause gehen? Ey, gar nicht. Ich mache den ersten, zweiten Tag mache ich dann irgendwie was, den dritten Tag noch so. Und dann irgendwie habe ich das Handy kaum noch dabei, nur noch für Google Maps oder so, um irgendwie einen geilen versteckten Strand zu finden oder so. Wie stehst du zu Bockwürsten? Oh, Bockwürsten, Alter. Also ich, mittlerweile, ich habe ja die eigene Bockwurst, ne? Aber ich esse gar nicht mehr so oft, ich kann nicht so oft Bockwürstchen essen. Ich habe ganz, ich habe ja mal eine Bockwurst-Diät gemacht und dann habe ich jeden Tag immer zwei Bocker gegessen, ne? Ohne Brötchen. Oder wie man in Berlin sagt, Schrippe. Aber dann schön mit Senf, oder? Oder mit Ketchup? Ne, mit Senf. Ich bin so der Senfige, ne? Und wenn ich ganz wild war, dann auch mal Ketchup dazu, dann so gemischt, ne? Wir haben ja jetzt ein bisschen gequatscht. Magst du jetzt einfach mal erzählen, wer du überhaupt bist? Ich meine, wir haben ja gerade das kurze Intro gemacht, was ich dann nachsprechen werde. Ne, magst du einfach mal so ein bisschen was von dir erzählen? Mein Name ist MC Fitti. Wer es hier noch nicht mitbekommen hat, grüßt euch. Ich gucke jetzt mal in die Kamera, wir filmen ja hier mit, ne? Hallo, Alter. Und jetzt gucke ich mal ins Mikrofon an alle, die zuhören. Hallo, ne? Ja, mein Schwerpunkt ist Entertainment. Gehe auf Tour, mache Musik im Studio, release Songs und ja, mal in meinem Hobby Graffiti. Immer noch seit 25 Jahren und fahre gerne Auto, fahre gerne Roller. Zurzeit immer in Berlin hier mehr Roller. Ja, vor allem jetzt bei so einem geilen Wetter wie heute, wo die Sonne halt scheint es. Naja, ja, da bin ich natürlich mit Auto gefahren, ey. Voll doof, Alter. Auch hier, schön, kostet erstmal hier Parkgebühren, eine halbe Stunde, glaube ich, 3,50 Euro hier in Mitte. Naja, egal, YOLO, sag ich mal, YOLO hat man früher mal gesagt so. Du bist doch der Finder von YOLO, oder? Nee. Also du hast es so... Ja, ich hab mal einen Song gemacht, YOLO, vor 10 Jahren oder 8 Jahren oder was. Ja, da ist es ganz gut durchgerutscht, so mit dem YOLO-Ding, ne? Erzähl mal, wie fing es bei dir an, dass du Fitti geworden bist, also die Marke Fitti? Also es hat sich eigentlich so entwickelt. Ich wollte eine Ausstellung machen, wollte MC Fitti als Kunstprojekt darstellen, wollte ein Album machen und wollte es in einer Galerie ausstellen, das eine Album. Und dann wollte ich eigentlich ein Interview im Internet irgendwo haben, auf irgendeiner Plattform, ein Interview irgendwie in einer Zeitung und das war es eigentlich für mich so. Und einen Auftritt wollte ich machen, mehr wollte ich eigentlich gar nicht machen, alles nur einmal. Aber wie ist es jetzt für dich, dass das halt alles überdimensional groß geworden ist? Ja, das ist ungewohnt natürlich, ich bin jetzt so da reingewachsen, so nach so ein paar Jahren, kenne ich mich da jetzt auch einigermaßen aus, sage ich mal. Würde natürlich jetzt auch mittlerweile auch einiges ein bisschen anders machen, man hat auch viel, wie sagt man, Lehrgeld bezahlt, ne? Einfach so ist man ins kalte Wasser geworfen worden und dann musst du erst mal machen und naja, mittlerweile weiß man es schon ein bisschen besser, ne? Ja, klar. Aber das Einzige, ich ärgere mich immer noch ein bisschen, dass ich die Ausstellung noch nicht gemacht habe mit dem ersten Album. Aber warum nicht? Ja, das hat sich dann nicht ergeben, das ging dann so zack, zack, zack irgendwie und ich hatte da irgendwie gar keinen Fokus für und immer auf Festivals gewesen und Konzerte gespielt. Aber ich habe jetzt trotzdem zwischendurch jetzt noch eine Ausstellung geplant, das ist jetzt nicht die große MC-Fity-Ausstellung, sage ich mal. Aber ich hatte ja schon mal den Selfie-Gott gemacht, so eine Bronze-Büchte ist das, auch in zwei Museen ausgestellt. Und jetzt habe ich meine riesen Bockwurst, ich habe so eine Bockwurst-Skulptur, voll verchromt, die ist voll am Funkeln. Geil. Ne, ein Meter zwanzig lange Wurst so. Und da mache ich, ja, da plane ich jetzt auch gerade die Ausstellung. Wie bist du damals auf die Idee gekommen, jetzt Sonnenbrille, der Bart und die Basecap, ich meine, das ist ja so am Ende wirklich dein Erkennungsmerkmal, ich meine, dann bist du halt wirklich Fitty, oder? Ja, genau, dann bin ich Fitty, dann ist Fitty da, so dann hüpft er da durch die Gegend, ey, wie ein Gummibärchen, wie ein Glücksbärchen meine ich. Ja, das hat sich einfach entwickelt, weil Cappy habe ich eh schon immer getragen, irgendwie, gefühlt, immer. Und Sonnenbrille ist natürlich so ein Ding, als damals Facebook anfing, und da habe ich gedacht, ey, ich möchte jetzt hier nicht als Person im Internet sein und mich da zeigen, da habe ich einfach die Sonnenbrille aufgesetzt. Und dann, ja, und der Bart ist einfach so, den hatte ich immer wachsen lassen, ich hatte eh immer Bart irgendwie. Und dann sind so die Bilder, die großen Bilder von MC Fitty, sage ich mal, die ersten sind entstanden in einer Winterphase, weil ich habe immer mit meinem Kumpel, damals, wo ich gewohnt habe, in Gifhorn, hat man immer so eine Challenge. Sommer hört auf, Bart wachsen lassen. Und dann, wer schafft es am längsten, den Bart wachsen zu lassen? Geil. Und, ja, ich habe eigentlich immer gewonnen. Und, ja, und dann sind Bilder entstanden mit diesem Bart. Und dann, ja, Bums, war dann irgendwie, ja, MC Fitty dann da, auf einmal, so wie er ist. Aber meinst du, du könntest jetzt, wenn du die Brille abnimmst und die Cap absetzt, einfach so durch die Stadt laufen? Ja, ja, ja. Also das ist lustig, es geht sogar auch mit Sonnenbrille und Cappy, geht's auch mittlerweile, weil, ja, guck mal raus hier, jeder Zweite rennt so rum oder auch ein bisschen, also der Style hat sich ja jetzt mittlerweile ein bisschen verändert, so die Leute laufen halt, ja, ob das jetzt eine gebogene Cap ist, eine gerade Cap ist, eine hohe Cap ist, eine bunte Brille, egal. Weil, äh, wenn da einer mit Bart und Brille und Cap rumlauft, dann muss nicht ich das sein, das wissen die Leute auch, so, ne? Äh, aber lustigerweise war ich jetzt auf dem Rock am Ring, ähm, da hab ich ja zwei Auftritte gehabt, ähm, und dann war ich auf dem Campingplatz mit, äh, RTL Explosiv. Mhm. Und, äh, dann lief da auf einmal so, ich hab so ein Skit, Aerobic-Skit, äh, auf dem ersten Album, so, wo Aerobic tanzt mit MC Fitty, so, und dann hab ich so Ansagen gemacht, so, und jetzt in die Sterne greifen, ey, Sterne, Sterne, jetzt den Skihasen machen und so, ne? Oh, und irgendwie, und dann haben die das da gemacht, so, und haben da getanzt und, 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 und diese Aerobic-Styles da gemacht und dann meinten wir so, oh, gehen wir mal rüber, ne? Und dann waren wir da drüben und dann so, so mit dem Motto, wer bist du denn? Haben die mich gar nicht erkannt, ne? Nein, die haben zu deinem Song gedanstet. Genau. Ich stand daneben, so, ich dachte, ich kann mir ein bisschen blöd fordern, so, ich so, Alter, was? Die dachten, da kommt irgendwer vom anderen, äh, vom anderen Zelt da vorbei, der so aussieht, oder was weiß ich, ey, das... Geil, aber es sind schon lustige Momente, oder? Ja, ich hab mich total, ich hab's richtig abgefeiert, ne? Ich fand's richtig cool, so, dass ich da einfach so, ja, ich, und dann so, mach doch mal mit und so, und dann hab ich mitgemacht und dann noch ein Bier geext, natürlich, dann noch eine Bierbong getrunken da und dann weiter geht's. Geil. Was war für dich so das krasseste Erlebnis mit Fans? Also, ich hab mal gehört, dass du tatsächlich mal auf der Autobahn abgedrängt worden bist. Ja, 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 das war auf jeden Fall, äh, krass, da hatten wir noch, äh, den alten, alten Bulli, den alten Bus und, ja, da waren wir auf der Autobahn unterwegs und dann war ich Beifahrer irgendwie und dann sind welche neben uns gefahren und die haben dann gecheckt, so, in dem Wagen erstmal, dann haben sie mich gesehen und dann Kamera raus, also, Handy raus und gefilmt und kreuz und quer auf der Autobahn gefahren und dann sind die da vor uns, haben uns ausgebremst und so rüber gedrängt, äh, auf die, auf die, auf die Ausfahrt so, ne? Ja, das war da runterfahren und das war, ja, das war hart, muss ich sagen. Aber hattest du da auch Angst um dein Leben? Ja, natürlich, äh, äh, Schock so, ne? So ein Schockmoment, so, alter, was macht der denn da? Krass und ein bisschen so hin und her geschlingert da mit dem Auto, ne? Da denkt man erst schon so, alter, was ist denn jetzt hier los, ne? Kann einiges passieren. Aber so richtig Angst um mein Leben hatte ich, äh, jetzt nicht, weil, äh, das passt schon, ne? Wir waren ja immer unterwegs, auch ein guter Fahrer und sowas, ne? Äh, vorausschauend fahren und, äh, Angst hatte ich jetzt nicht, aber es war, äh, Schock. Was macht das mit, äh, mit dir selber, wenn man, also, wenn man so eine krasse Erfahrung macht auf der Autobahn? Ja, ey, das kann ruckzuck vorbei sein, alles auch so, ne? Also, wer viel unterwegs ist, da kann auch viel passieren, so, ne? Klar, klar. Äh, und dann denkt man so, ja, muss, muss ich jetzt dahin? Muss das jetzt sein? Ist das jetzt wichtig? Oder, äh, man, man überlegt dann, ne? Und ich hab dann auch, natürlich, waren ja viele Momente so, die so stressig waren oder die vielleicht auch hätten nicht sein müssen, so, und dann, dann macht man auch nicht mehr so viel. Also, man macht noch das, man guckt dann ein bisschen genauer, ist das jetzt wichtig für mich oder ist das jetzt Spaß? Muss ich jetzt Spaß haben oder reicht es, wenn ich dann, äh, jetzt hier sozusagen in Anführungsstrichen arbeiten gehe und, äh, Spaß in meiner Freizeit habe? Also, schränkt man sich am Ende schon so ein bisschen selber ein, oder? Ja, ja, muss man auch auf jeden Fall. Deswegen hab ich auch ein bisschen, äh, Pause gemacht, ein paar Jahre ein bisschen ruhiger gemacht, äh, bewusst so, komm, wir machen jetzt mal ruhiger, paar Sachen noch machen. Ja, das war auch am Ende einfach ruhig. Ich mein, wenn man wirklich über Jahre Vollgas gibt, dann braucht man halt auch irgendwann einfach die Pause. Ich mein, man muss ja auch irgendwann wieder zu sich selber finden. Also, klar, man liebt das, was man da macht, aber irgendwann ist halt auch einfach mal die Energie raus. Ja, natürlich, du musst irgendwann dich mal wieder ein bisschen ordnen, gucken, wo will ich eigentlich hin und, äh, bin ich hier auf der richtigen Fährte sozusagen, ne? Was war für dich so das krasseste Jahr, wo du sagst, Kam, da war ich 364 Tage unterwegs und einen Tag zu Hause? Gab's das? Ja, das gab's auf jeden Fall. Das waren, äh, ja, so drei, drei Jahre, zweieinhalb Jahre, drei Jahre war das irgendwie am Stück so. Da war ich dann irgendwie 300 Tage im Jahr unterwegs. Mhm. Äh, glaub ich, weiß ich nicht, 200, 250 Auftritte in jeder Dorfdisco irgendwo. Und dann macht's Spaß auf jeden Fall, ne? Aber du kommst dann irgendwie, kommst du dann nach Berlin und dann pennst du hier auch im Hotel, weil du musst nächsten Morgen ganz früh wieder zum Flieger oder sowas. Ja, manche können das, ne? Also, äh, Hut ab, so, also, die das auch wollen, so, ne? Also, wenn man jetzt, äh, so, das sieht, die Leute, die in den Charts sind, die haben natürlich nicht so viel, äh, Privatleben, ne? Die sind so, die... Ja, voll. Und die leben in ihrer eigenen, äh, Bubble, nur unterwegs sein und ihr Brot geschmiert kriegen, weil sie dann sofort wieder los müssen, ne? Mhm. So, da wird einem alles hingelegt, sozusagen, ne? Es ist ja am Ende, hat's ja auch überhaupt nichts mit Arroganz zu tun. Also, es ist halt einfach, man schafft das selber halt nicht mehr. Also, so doof, wie es klingt. Ist so, genau. Das hab ich nämlich dann auch gedacht. Also, äh, ich wollte dann irgendwann mal wieder selbstständig sein, mein Ding machen, so, ne? Ja, und auch mir mal mein Brot selber schmieren oder mein, mein Hotel selber buchen und mir selber aussuchen, wo möchte ich denn jetzt hin oder irgendwas, ne? Oder, äh, es wird dir alles dann, äh, vorgelegt, weil, ist klar, du bist durchgetaktet und das muss alles vom Timing her stimmen, ne? Ähm, meinst du, dass, dass dir so ein bisschen so ein Stück, ich, vielleicht Leben geklaut worden ist, dadurch, dass du jetzt, ähm, fiti sein konntest? Nee. Nee. Also, dass du da nicht, also, du würdest nicht sagen, äh, du hast da irgendwas verpasst? Ach, nee, gar nicht. Ich hab, nee, jetzt, macht Spaß, also, übelst cool so, ne? Also, immer noch, ähm, das, das, äh, das muss ja auch alles so sein, um, um, um da drinnen zu, zu, zu leben, ne? Ich glaube, man muss dann nur irgendwann wissen, welchen Weg möchte ich gehen? Wie, wie weit, was will ich alles aufgeben dafür, für irgendwas oder, ne? Aber hättest du dir das damals, ähm, sag ich mal, als Kind erträumen können, dass das wirklich so kommt? Nee, ach, ich hab, an sowas hab ich gar nicht gedacht. Ich bin so gar nicht aufgewachsen. Ich bin, äh, ich sag mal, ein stabiler Handwerker. Meine Handwerkerausbildung gemacht, äh, ganz normal und, äh. Du warst Bühnenbauer, oder? Ja, ja, genau. Ich hab halt einen ehrlichen Beruf gelernt, Elektroinstallateur und, äh, hab dann, äh, irgendwann einen Kulissenbau gemacht für Film und Serien und auch Theater. Äh, ich hab das gar nicht irgendwie so, ich kannte das gar nicht und ich bin da auch, dann von heute auf morgen ging das dann los halt, ne? Irgendwie und dann so, oh, ah, cool, ja, das ist ja cool. Also, das geht ja auch klar so, ne? Wie ist das, wenn jetzt zum Beispiel, äh, beim Konzert deine Bühne kaputt geht? Legst du da einfach selber Hand an, oder? Ey, tatsächlich jetzt, äh, nach, äh, Corona sozusagen, äh, ich weiß nicht, ob es nach Corona ist oder immer noch mittendrin, aber jetzt, wo es mal wieder ging, Konzerte zu spielen, meine Tour wurde ja irgendwie drei, äh, gefühlt viermal verschoben. Ja. Und, ähm, jetzt hatte ich ja mal eine Tour im Mai. Mhm. Und wir sind mit einem kleinen Team losgefahren und es war cool. Ich hab auch, äh, 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 die Lichter mit aufgebaut, äh, den Banner mit aufgehängt hinten, äh, ja, alles mögliche mitgemacht, ne? Kisten ausgeladen und so, das kann ich ja, da hab ich auch Bock drauf, ich bin mir da auch nicht zu fein für, ne? Und ich, äh, hab da auch den Überblick so und, äh, das war cool, ey, das, also, so kann ich mir das auch vorstellen, so weiterzumachen, so mit einem kleinen Team los, ey, zu fünft. Ist am Ende wie so eine kleine Familie, oder? Naja, auf jeden Fall, man fährt los, man quatscht über alles wieder, man, äh, ist in seiner kleinen, äh, Blase mit seinen, seiner, seiner Crew. Mhm. Und, äh, jeder achtet auf sich, so, ne? Cool. Und durch den Erfolg natürlich auch von, von Fitti sind höchstwahrscheinlich, oder hat man ja auch mitbekommen, äh, krasse Werbepartner auf dich zugekommen. Ich meine, du hattest ja, ähm, neben Kylie Minogue und Michael Jackson warst du ja in Deutschland, glaube ich, vielleicht sogar der Einzige, der eine Pepsi-Dose hatte. Mhm, ja. Wie ist das? Na, ich hab auf jeden Fall den Moonwalk getanzt, ey, und hab mich wie Michael Jackson ein. Äh, ja, das war mir natürlich gar nicht bewusst, dass ich so der Einzige da bin, und, äh, aber so, jetzt, wenn du das jetzt so ansprichst, natürlich, äh, ist schon eine, eine krasse Nummer, wenn dann, äh, in diversen Läden dann deine Dose da steht, auf einmal. Mhm. Ähm, ähm, und, äh, man hat eine coole Aktion mit denen zusammen gemacht, und, äh, das war schon krass, so, weil Pepsi auch lecker ist, ey. Ja, absolut. Immer noch, ne, schmeckt ja alles gut, also. Na, aber, das war schon, war schon cool, weil ich war eh, äh, Team Pepsi immer. Mhm. Na, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt hier sagen kann. Nee, oder auch Team Coke, ähm, oder Team, Team Red Bull, also, alles, alles Team. Sinalco. Sinalco, ja. Ja, selbst gemischt im Keller, Team selbst gemischt. Aber würdest du sagen, das war der krasseste Werbedeal? Ach, was heißt krass? Nein, ich hab auch schon, ähm, mit Volkswagen einiges gemacht gehabt, und mit, äh, Kaubonbons, ähm, oder mit einer Versicherung, auch, also, mit einer Versicherung hab ich auch was, äh, ziemlich Großes gemacht, so, auch, ähm, mit einem Song produziert, und einem Video produziert. Ähm, die Frage musst du tatsächlich, äh, nicht beantworten, also, das liegt dir tatsächlich, äh, komplett in der Hand, ob du darauf antworten willst oder nicht. Ähm, wie war das damals so mit, mit Geld für so Werbedeals? Ja, da hast du dich natürlich gefreut, ne? Da kam mal ein bisschen was rein, dann konntest du mal ein bisschen Miete bezahlen wieder. Mhm. Oder mal so ein, so ein halbes Jahr, Jahr im Voraus die Miete zahlen. Mhm. Das ist dann immer schon, schon ganz cool, ne? Magst du verraten, was da so dein krassester Werbedeal war? Ah, ich, also. Wir können's auch rauspiepsen. Ja, ey, keine Ahnung, was dann am Ende hängen geblieben ist nach der Steuer, so, ne? Da geht ja auch einiges runter, ne? Da hast du da den bösen Manager an der Seite, der kriegt ja dann einen ordentlichen Stapel, ne? Und dann, äh, hast du noch bei ein paar Kumpels was offen, und dann hast du noch das, und dann hier, und dann bleiben bei dir nachher nur noch irgendwie 150 Euro rüber, so, ne? Du kannst dich auch, äh, gerne bedienen am Buffet. Mhm, ja, ich guck schon die ganze Zeit da auf, äh, auf die Laugen, ja. Aber nee, nee. Doch, doch. Nee, 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 nee. Nur wenn du einen isst auch. Ja, okay. Ja? Wollen wir uns den noch belegen, ey? Ich glaub, ich weiß gar nicht, ob da Butter drauf ist. Macht nix, wir können aufreißen, und dann machen wir uns hier ein bisschen Brezel rein. Bisschen Weingummi drauf. Ja. Na los, komm. Ja, hier. Hm, so, krümeln können wir ja, ne? Ja. Was machst du, was würdest du drauf machen? Boah, wenn du mich jetzt so fragst, wahrscheinlich irgendwie so Cracker. Hm, Cracker. Wobei ich auch jemand bin, der einfach mal gern Quatsch macht, deswegen würde ich wahrscheinlich auch Weingummi ausprobieren. Ja, ich würde auf jeden Fall hier Weintraube erstmal nehmen. Mhm. Aber das macht so ein bisschen frisch. Oh, geil. Zwei Stück hier. Am liebsten ist eigentlich eine Bockwurst, ne? Eine Bockwurst und Ketchup, ne? Mhm. Ah. Hier, willst du Weingummi hier? Ich weiß nicht, ob ich es freuen werde. Danke dir. Grün, okay. Ah, grün ist gut. Welches ist dein Lieblingsweingummi? Welche Farbe? Ich bin grün tatsächlich auch und orange. Echt orange? Mmh, orange. Weiß ist natürlich immer so, mmh. Speziell. Ja, zack. Und jetzt noch, ich nehme noch so eine Brezel hier. Mhm. So. Okay, dann testen wir mal. Prost. Zack. Cheers. Mmh, lecker. Boah, ist lecker mit Weingummi, ne? Mhm, ist super. Ne, echt nicht? Ja, das stimmt, ein bisschen rentnermäßig, ey. Mmh. Mmh, 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 ja, wobei. Bisschen Ketchup drauf, dann passt das. Ja, ne? Oder Senf. Was war damals so dein absolutes Lieblingsessen auf Tour? Immer Cheezer von Mecco. Boah, geil. Immer Cheezer. Und dann, ich weiß noch, ich hatte ja immer die Flamingo-Girls mit dabei, ne? Das waren so, ein paar Mädels, die hatten so Flamingo-Kostüme an und so einen Arm so als Flamingo-Kopf. Geil. Und eins der Flamingo-Girls hat dann immer die Cheezer genommen und unter ihr Kopfkissen gelegt, im Nightliner. Weil die immer nachts aufgewacht ist dann oder irgendwann aufgewacht ist und hatte Hunger. Und dann hat die dann immer zwei Bisse genommen und wieder drunter gelegt, weil dann war das immer noch so ein bisschen lau. Geil. War der Cheezer so lau. Ey, geil. Und dann alle hatten Hunger morgens und sie hat ja echt noch so einen Angeknabberten und hat den weitergegessen. Boah, finde ich aber geil, so morgens so einen Cheeseburger. Das geht schon. Voll. Ich bin auch da. Ich bin inzwischen, ich weiß nicht, ob das am Alter liegt, ich weiß auch nicht, wie es bei dir ist, aber so nachts irgendwie nochmal so einen richtig geilen Snack, also warum nicht, finde ich gut. Immer, immer, eigentlich immer. Das ist richtig lecker. Was würdest du da empfehlen? Also eine Döbo, ne? Dönerbox. Geht immer. Pommendöner. Ja, also das geht immer, ne? Ja, eigentlich sowas. Nur eigentlich Döner-Style. Irgendwas Fettiges. Ja, ja, ja. So Pizza bin ich da nicht so nachts nochmal so. Das muss nicht sein irgendwie. Aber so ein Döner-Burger muss auch nicht sein. Nee, ich bin eigentlich immer so. Eine Curry geht immer noch, ey. Curry-Wurst auch. Curry-Pommes. Aber nochmal das Senf-Thema, ey, da muss ich nochmal ganz kurz zurück, ey. Es gibt so, ich war in Italien, ne? Aber ich weiß nicht, was es ist. Das heißt, Mustard und Mastard ist ja eigentlich Senf. Ja. Dann hab ich das da gekauft, dann waren da so Früchte drin. Ein bisschen wie die Weingummisse und sowas. In so einer Gelee halb durchsichtigen Flüssigkeit. Mhm. Kennst du das? Nee, tatsächlich nicht. Weiß ich nicht. Das wär cool, wenn jetzt den Podcast hier einer hört und sich mal melden würde irgendwie. Oder hier bei Insta oder was. Wir können gleich Ivana schreiben. Äh, fragen. Ja. Oder Mario. Vielleicht kennen die das. Ja. Die sind ja blutige Italiener. Ja, was das ist, Alter. Aber war's gut? Nee, ich hab's noch nicht aufgemacht. Ich hab's gekauft so und hab's mitgenommen nach Deutschland natürlich. Da steht dann immer so, ja, man nimmt ja immer ein bisschen was mit, ne? Olivenöl, Wein, ein bisschen Peroni. Oh, Peroni. Oh, Alter. Hm, lecker. Oder Moretti. Moretti. Und dann war auch dieser Mustard dabei irgendwie. Hab ich noch nicht aufgemacht. Muss man berichten, wie es war. Ja, genau. Aber unter Fragen nachher mal. Ja, oder wir fragen nachher. Vielleicht machst du's dann doch nicht auf. Ey, hast du auch noch ein bisschen was zwischen den Zähnen von dem Essen oder was? Mhm, tatsächlich. Das ist wie wenn du irgendwie einen Döner isst und dann hast du noch so ein kleines Stück Fleisch. Oh, Alter, ey. Ich hab so eine so eine Ecke, ne? Man kennt das ja so. Man hat ja so eine so eine Ecke. Das geht dann nur mit Zahnseide, auch nicht mit dem Zahnstocher oder irgendwas, Alter. Jetzt hängt das... Kennst du diese kleinen Plastik-Zahnstocher, wo auf der anderen Seite die Zahnseide drin ist? Ja, die sind praktisch, ey. Die sind echt praktisch. Aber ich... Die packt man dann irgendwie in seine Tasche oder sowas. Dann werden die dreckig und dann weiß man auch nicht so richtig, ja. Aber ist egal. Ja, hab ich aber nicht dabei. Aber ich hab auch nichts zwischen den Zähnen. Ich hab was an den Zähnen, weil diese Lauge, die klebt an den Zähnen. Mhm. Musst du einmal durchspielen mit Olivenöl. Boah, hast du auch noch Olivenöl hier, ey? Das wär geil, ja. Alter. Aber lustig ist, dass die Leute das ja gar nicht sehen können, dass wir unten ohne sitzen hier, ne? Das wird alles verfixtet. Ja. Kommt eine riesige Bockwurst drüber. Ja. Hattest du als Zeit mit Fitti auch mal irgendwie Freunde, die dich ausgenutzt haben? Also kommen wir jetzt mal zu den ernsten Themen wieder zurück. Deeptalk, ja. Na, jetzt geht's wieder los mit dem Deeptalk. Naja, was heißt Freunde? Nee, Freunde sind dann, irgendwann war es dann natürlich so, dass die Freunde, Freunde dann irgendwann auch sich nicht mehr gemeldet haben, weil man nie Zeit hatte, ne? Man wurde, man hat immer gequatscht und so und dann kommst du heute noch rum da oder da oder lass mal wieder treffen und dann hat man jedes Mal abgesagt oder man hatte eh keine Zeit oder so. Und das war natürlich ein bisschen blöd, ne? Bis man dann die Freunde wieder dann so hat, dass man wieder miteinander Kontakt hat, richtig so. Das hat dann nachher erstmal wieder ewig gedauert. Mhm. Ähm, aber man hat natürlich eine Menge Leute dann auch, die dann neue Freunde sind. Also Freunde in Anführungszeichen oder Freunde? In Anführungszeichen, ja, ja, genau. Klar, man lernt ja, kennst ja selber, man lernt ja immer neue Leute kennen und dann bilden sich da Freundschaften irgendwie. Äh, aber ja, so diese in Anführungsstrichen Freunde gibt's natürlich dann auch, die dann irgendwie da mitschwimmen und bis zu einer gewissen Zeit irgendwie. Und irgendwann denken sie so, oh, da komm ich jetzt nicht mehr weiter, jetzt hab ich alles da irgendwie und dann schau, weiter geht's so, ne? Und das weiß man in dem Moment auch nicht so richtig, weil da kriegt man gar nicht mit so, ne? Nee, ich glaub, da kann man wahrscheinlich so ein gutes Gespür haben, wie du willst. Naja, ja, genau. Also wenn du eine gute Zeit mit irgendeiner Person hast und hast was erlebt, dann kann sich da natürlich eine Freundschaft entwickeln, aber manche sehen das dann anders. Die sind dann abgebrüht und denen ist das dann total egal. Ja, schade drum. Ja, machen die vielleicht auch nicht mit Absicht so. Ich glaube, also es gibt bestimmt die und die, aber es gibt auch viele, die denken so, ah ja, wir sind Kumpels so und dann aber so gehen die dann weiter so, ne? Aber würdest du sagen, dass du dadurch vielleicht ein bisschen introvertierter geworden bist oder bist du immer noch dann so der offene Typ, wenn du halt zum Beispiel solche Erfahrungen gemacht hast? Ja, also ich bin generell ein offener Typ natürlich, aber es braucht natürlich erstmal, bis man so das richtige Verhältnis dann hat, so, ne? Also ich bin jetzt nicht so, wie das vor Jahren war, auch wenn man jünger ist, dann geht das ja alles schneller irgendwie, so, ne? Ich sag mal so, 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 wenn man, ich hänge gerne mit meinen Leuten ab und so und da bin ich dann auch easy so und locker drauf. Aber ich sag mal so, wenn dann irgendwelche neue Leute im Raum sind oder sowas, bin dann auch eher ein bisschen zurückhaltender, dann auch die sagen... Also eher so ein bisschen die Umgebung erstmal scannen, wenn man drauf ist. Ja, und manche sagen, oh, du bist ja total schüchtern, wenn du gar nicht hier MC-FITI bist, ich so, ja, aber ich muss jetzt auch hier nicht alles irgendwie, erstmal will ich dich nicht entertainen jetzt hier oder was, ne? Ich muss jetzt hier nicht für dich tanzen oder was weiß ich so und ich erzähle natürlich auch nicht alles jetzt so, was ich in meinem gewohnten Umfeld erzähle oder sowas, ne? Ja, und dann bin ich auch teilweise ein bisschen schüchterner, bin ich da kleine schüchterne FITI. Der wird dann auch nochmal anderthalb Meter kleiner, so ein kleiner FITI. FITI Junior, FITI June, ja, ja. Hast du, oder ist es dir mal passiert, dass du auf der Bühne den Text vergessen hast? Na klar, jetzt erst. Echt? Auf der Kieler Woche. Ne ganze Strophe, komplett vergessen und dann hier hab ich noch so, ja, hallo, juhu, so gemacht. Das Gute ist ja, dass ich, ich hab immer noch jemanden mit auf der Bühne, einen Backup-MC, der dann auch mich doppelt oder die Hooks mitsingt ein bisschen oder auch einige Einsätze. Es gibt so, eigentlich kann ich die ganzen Texte, aber manchmal, es gibt so Klassiker, da merke ich schon, wo ich den Song gemacht habe. Also, schon beim Machen merke ich so, an der Stelle werde ich Probleme haben. Das geht mir nicht rein, Alter. Und ich hab so viele, also, das sind so, ich glaub drei Songs, wo ich immer auf der Bühne meinen Kollegen frage und die so, ey, wie fängt der nächstes an hier, wie fängt der an, dann macht der so, alles klar, jetzt weiß ich wieder, ey, ich verpeil's, ne. Und dann hat man natürlich so Klassiker wie Penn in der Bahn, da bin ich dann irgendwie so, äh, bei dem Song, da mach ich dann die erste Strophe zweimal. Ist ja auch cool. Ja, aber die Leute, die kennen den Song natürlich, dann denken so, wo ist denn jetzt die zweite Strophe, Alter, das ist die erste, so. So was passiert natürlich dann auch öfter mal, ne. Manche, ach, ist auch egal, also auch wenn ich was verpeile da, also ich sag mal so, wenn du jetzt einen TV-Auftritt hast, so, der live ist, dann kommt das schon ein bisschen boring, so, ne. Also, da muss er schon sitzen, so. Ja, aber ist ja nur sympathisch, finde ich. Ja, auf so einer Tour oder auf einem Festival, Alter, dann wird halt verkackt, ich bin ja keine Maschine, ne, auch wenn ich so aussehe, ne. Voll, voll. Ich seh richtig aus wie so, ne, oh, guck mal hier. Also, vorhin musstest du seitwärts durch die Tür gehen. Das ist der Klassiker, Alter, ja. Ich steig auch immer Auto im Kofferraum ein, Alter. Wie wenn man hinten im Kofferraum sitzt und die Hände vorne am Lächsten hat. Ja, genau, Alter. Ich lieg so, ich fahr mal auf den Bauch, Alter. So wie mit Rutschen, ne, im Rutschenpark, ey. Wie rutscht du, auf dem Arsch oder auf dem Bauch, Alter? Ey, ich fahr auf dem Bauch, Alter. Echt auf dem Bauch? Auf dem Bauch rutschen? Ne, ne, mach ich nicht. Auf dem Rücken rutschen. Aber Hose runter, ne? Boah. Arschfrei, Alter. Dann musst du aber in die McDonalds rutschen. Ja? Da tut's dann ordentlich weh. Echt, ja? Bist du ein bisschen aufgeladen danach. Ich weiß noch, als Kind standen immer die Haare ab. Ja, genau, Alter. Ich mein jetzt Wasserrutschenpark. Ja, und dann Hose runter hinten, ne, Arschbacken frei. Und dann runter, ne? Oder, ja. Und wo du grad Arschbacken sagst, ich hab gelesen, du hast mal in nem Pörnchen mitgemacht. Das weiß ich gar nicht mehr, Alter. Ich muss weg. Ne, mitgemacht hab ich nicht. Ich hab da, äh... Also du warst Statist im Hintergrund, oder? Ne, ne, gar nichts. Echt? Ich hab... Ich hab... Verkleidete vielleicht mal irgendwann irgendwie... Irgendein Interview gelesen gehabt, aber... Ja, ja. Ach, ich... Vielleicht hat sich da irgendjemand was ausgedacht. Ja, da kennst du ja die Geschichten, Alter. Ganze Internet ist voll mit Geschichten, ey. Aber es vergisst du auch nicht. Ne, das stimmt. Gibt es irgendwas, was du dir mal durch, äh... Durch dein Fame, den du hast, erfüllt hast, was... Wirklich so ein Riesentraum von dir war? Ja, ich wollte früher immer mal, äh... Ein Multivan fahren, so, ne? Mhm. Und dann hab ich halt auch ein paar Jahre gefahren. Und dann war das auch cool. Fertig. Ne, ich brauch... Ne, so viel... Ich hab nicht... Ich bin nicht so der Träumer irgendwie. Für mich ist es eigentlich echt... Das hört sich jetzt vielleicht blöd an, so. Aber so... Gesundheit und sowas ist immer wichtig, dass alle gesund sind, in der Familie. Mhm. Oder dass man auch Zeit mit den Leuten hat, die man mag. Absolut. Ne, und... Also ein Traum ist natürlich so, dass ich auch, äh, äh, mein großes Hobby ist ja Graffiti malen. Mhm. Und, äh, jeder, der auch Graffiti malt, äh, weiß, das ist ein teures Hobby. Weil so eine Spraydose ist schon nicht billig und man braucht für so ein Bild einige. Was zahlt man für eine? Na, mittlerweile bist du, glaube ich, auf 4,50 schon. Für eine so eine Büchse. Und dann brauchst du so für ein Bild vielleicht zehn Stück. Oder manchmal, ja. Also das... Teures Hobby. Teures Hobby, ne? Und, äh, ich krieg Dosen auch umsonst so. Deswegen, das ist auch ein Highlight, ey. Sehr geil. Ja. Aber würdest du sagen, das ist so ein kleiner Vorteil, den man da schon hat durch, durch den Bekanntheitskampf? Ja, das ist natürlich ein Vorteil, ne? Also, äh, auch so, äh, ich hab die Montana Cans halt. Die sind die besten. Äh, ja, ne, mit den kann ich echt gut malen. Äh, ja, das ist eine Win-Win auch dann irgendwie. Das sind jetzt ja keine Deals oder sowas, äh, die man so hat, ne? Äh, mh, guck mal, die freuen sich, dass ich die Dinger benutze. Ja. Dass man mich sieht damit irgendwie. Und, 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 und manche Leute, äh, sagen, oh, ey, das ist MC Fit, die hat er denn mal mit Montana Cans geil, so mäßig. Denn die finden das cool, vielleicht kaufen die dann welche ein. So, fertig, so, ne? So, also, ist jetzt keine, wir haben keine Werbung da irgendwie groß, aber das ist halt so ein bisschen Win-Win, so, ne? Ja, 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 klar. Ja, aber das fand ich cool. Ich mein, wenn man da, also, wenn man die Möglichkeit hat, ich mein, sowas kriegt man ja am Ende vielleicht auch, weil du ja über Jahre dir das Ganze aufgebaut hast. Genau, genau, genau. Ich mein, man muss ja auch die Arbeit dahinter sehen, die, die man da halt geleistet hat bis zu dem Zeitpunkt, wo man, wo man jetzt halt ist. Wer war für dich so der coolste Promi, mit dem du mal was gemacht hast? Gibt es da eine Person, wo du sagst, boah, das war echt verrückt, als ich irgendwie auf einmal Kontakt mit der Person hatte? Na, also, das war einmal vor, vor, das ist schon saulang her, als ich Kontakt mit David Heselhoff hatte, tatsächlich, ne? Ja, ja. Und wir wollten auch einen Song zusammen machen. Das ist schon saulang her, ich weiß nicht, ich glaube, acht Jahre her oder so. Und das war, da ging es auch mit Fiddy gerade so los irgendwie und, ja, der hatte halt super Bock so. Geil. Aber, äh, ich konnte mir das da nicht leisten, weil, äh, der, der in Amerika ist und der sich denkt so, okay, äh, ich fliege nach Deutschland rüber, äh, First Class, äh, ja, ich brauche hier das große, äh, die große Suite, äh, ja, und das... Aber, aber der hatte dich angefragt für ein Feature? Nee, nee, wir hatten irgendwie so, äh, ich hatte speziell gefragt gehabt irgendwie, dann hat sich das so entwickelt. Und dann, äh, ja, dann habe ich gesagt, oh, Alter, jetzt, das ist mir zu teuer. Ja, da machen wir das nicht, komm. Nee, schade drum. Mhm. Das war natürlich schon ein Highlight damals, ne. Aber ist das so ein kleiner Fangirl-Moment, sag ich mal? Ja, klar, ich war ziemlich aufgeregt dann so, ne. Nur, wir haben uns noch nicht mal gesehen. Ich habe ihn dann ein paar Jahre später im Backstage bei ihm auf einem Konzert getroffen, so, war ich dann auch da, so, und das war dann auch nochmal ein Highlight, so, mit Blümchen zusammen. Äh, das war dann ein Mega-Highlight, äh, ein Live zu sehen nochmal. Gibt es irgendwas, was, ähm, was du mal bereut hast, was du gekauft hast zum Beispiel? Also, wo du, wo du jetzt am Ende einfach sagen würdest, okay, das war der absolut dümmste Kauf, weil das Geld einfach rausgeschmissen worden ist? Ja, da habe ich auch, äh, spontan, ich bin nicht so oft spontan, aber jetzt habe ich was Spontanes. Ich war auf Tour, man ist irgendwie kaputt, so, irgendwie nicht richtig gepennt, ja, und dann ist man so ein bisschen so. Ein bisschen nölig. Ein bisschen nölig, so, irgendwie, und dann so, ah, lass mal zum Mediamarkt, ey, glücklich kaufen, so, ne, und dann bin ich echt hingefahren zum Mediamarkt mit einem Kumpel und dann so, äh, so, so, in der Technikabteilung, so, jemand hingegangen, so, ich habe mal eine Frage, ne, die so, ja, was denn, ja, ich würde mich jetzt gerne glücklich kaufen, ey, haben sie irgendwas, können sie mir was empfehlen? Und dann sagst du so, ja, wie jetzt, ich so, ja, mir ist das egal, irgendwas, jetzt nicht, muss jetzt nicht tausende Euros kosten, so, ne, aber ich habe so gesagt, ja, so bis 300 Euro würde ich gehen, ne, so, und dann, äh, ja, keine Ahnung, ja, oh, das hier ist neu reingekommen, so, dann war das so ein, so ein Objektiv, war das irgendwie, was du dir, äh, was du mit Bluetooth am Handy verbindest, dann kannst du das Handy auch noch machen und dann hast du vorne so ein Zeiss-Objektiv drauf, so, ne, und dann hast du voll die coole Aufnahme und der speichert das dann direkt übers Handy auf der App oder, was weiß ich dann, ne, hab ich mir das gekauft, so, ne, und dann hatte ich das Ding da, hab ich das im Backstage so ein bisschen ausprobiert, ey, und dann war das für immer in dieser kleinen Tasche drin, ne, da, ne, ich dachte, Alter, was für ein Scheiß, ey, das hat noch nichts mit glücklich kaufen zu tun. Ich glaube, ich hab's dann für 30 Euro bei Ebene Kleinerzeit verkauft. Irgendwann, aber fünf Jahre später, ey, das lag da rum, ich dachte, oh, das hast du auch noch, ey. Ja, hast du schon mal irgendwas Scheiß gekauft, bestimmt? Ähm, ja, tatsächlich schon. Ich hab's tatsächlich sogar in meinem Arm. Apple Watch. Ja, also ne, ne, ne Uhr ist tatsächlich, also sie ist cool, ähm, und ich hab mich inzwischen auch dran gewöhnt, dass ich drauf schau, wenn ich wissen will, wie spät es ist, weil ich am Anfang, ich hab immer mein Handy nur noch rausgeholt gehabt, ähm, aber, also im ersten Moment macht das einen glücklich, aber irgendwann ist, also es wird halt so zu so einem normalen Alltag und ich würde mir halt, glaube ich, nicht noch meine kaufen für das Geld. Hast du dir nur für die Uhrzeit geholt, oder was? Ja. Okay. Also, also am Anfang war ich noch motiviert, ähm, weil ein Kumpel die hatte und wir sind dann immer joggen gegangen und dachte, boah, geil, Alter, da kann ich alle Daten abrufen, ähm, dann hab ich tatsächlich zwei Wochen durchgezogen mit dem Sport. Okay, ja, dann ist das doof, ey. Ja. Ja. Na, ich hab die auch tatsächlich mir geholt für, aber auch nur für, äh, fürs Laufen dann, eine Zeit lang, aber bevor ich, jetzt auch gerade nicht, es gibt ja immer die Phasen, ne, läufst du monatelang und dann ist wieder Ruhe, jetzt ist gerade so ein bisschen Fuß umgeknickt und so und dann ist ja, dann kannst du halt nicht, äh, aber tatsächlich, äh, für ein, für ein, äh, für die Herzfrequenz und so, ne, und dann auch, ähm, ja, ja, um das alles in der App zu speichern und so, weil manchmal wurde mir schwindelig so und dann wusste ich mir nicht, was es ist und dann hab ich mir die Uhr geholt und Ja, die, die, die warnt dich ja dann noch vor, oder? Mmh, genau. Ach nee, die hab ich geschenkt gekriegt, du, ah, genau. Danke, Marc. Ja, ja, und, äh, und, äh, genau, und dann konnte ich auch gucken und dann hab ich auch gesehen, Alter, dann warnt die mich, dann bin ich auf 180 schon, ne, ich weiß nicht, was das war, ja, ja, das war richtig ruhiger machen dann. Ja, ja, absolut, ist dann nicht, äh, nicht so gut für den Körper. Aber stimmt schon, wenn man nicht läuft oder so, dann jetzt, jetzt hab ich die auch und ich seh dann immer nur die Ringe schließen, du musst jetzt noch die Ringe schließen, Alter. Du musst noch ein bisschen, eine halbe Stunde stehen musst du auch am Tag noch. Ja, nur diese Meldung. Ja, ja, und 200 Kalorien brauchst du auch noch runter, Alter. Und dann jetzt nochmal durchatmen nochmal. Naja. Jetzt atmen, Zeit für dich. Boah, das Atmen hab ich tatsächlich ausgemacht. Echt? Ja. Ich hab's immer noch an, aber ich hab's, ey, manchmal mach ich das, aber ohne Scheiß, das hilft ja echt, ne, wenn du dir mal eine kurze Minute da aushalten nimmst und mal durchatmest, dann ist danach so richtig wieder, oh, cool, ey. Ja, ja, eigentlich geht das. Oder Selbstreflexion oder was, dann sollst du dir mal kurz Gedanken machen, irgendwie sagt die ja auch dann, ne, und dann machst du ja kurz Gedanken mal so und dann denkst du, oh, ja, gut, dann hab ich mir jetzt Gedanken gemacht, ne. Ist auch gut, weil Selbstreflexion ist ganz wichtig. Absolut. Alter, das ist ja immer, das macht man manchmal ja nicht. Da denkt man so, die anderen sind alle doof, ne, und selber ist man nicht selbstreflektiert und dann, ach, schau, jetzt war ich gerade der Doof. Ist vielleicht auch ab und zu mal im Straßenverkehr. Ja, genau, Alter, wie fahren die denn, ey? Penner. Vor allem, vor allem, man fährt rum und dann hast du ganz viele Leute, die doof fahren und dann denkt man sich irgendwann, okay, vielleicht bin ich doch das Problem in dem Fall. Heute fahren sie alle wie die Verrückten, Alter. Absolut. Welches Event würdest du gerne mal besuchen? Was wäre so dein absoluter Traum? Gibt es da irgendwas? Naja, also ich hab ja schon auf einigen Events gespielt, also ich fand so, äh, WG-Party hatte ich auch schon. Echt? Das ist natürlich geil, ja. Da haben die dich einfach in der WG... Ja, genau, naja, das war immer für so eine Aktion auch irgendwie und dann hat man da, äh, einige Songs geballert. Das war, das war richtig Abriss, das war richtig gut. Ähm, ich würde gerne, das war auch eigentlich der Plan schon, vor Corona hatte ich ja eine EP gemacht, Autoscooter-EP hieß die, und da war auch schon alles so super geplant und so, und da wollte ich, äh, Autoscooter-Konzerte machen, auf den Festen so, während die alle fahren da mit den Autoscootern, wollte ich daneben so eine kleine Bühne hinstellen und dann so, äh, ja, so ein kleines Set machen. Und da war ich auch schon mit, äh, mit Küchenmeister heißen die? Mhm. Küchenmeister, ja, ich, ja, war ich schon im Gange und, äh, das war schon dann soweit geplant, das wollte ich nochmal machen, Alter, so vorm Autoscooter, geil. Wie kommst du auf solche Ideen? Also ich find das geil. Ich weiß nicht, ich bin einfach früher, ähm, auch groß geworden vor so einem Ding, ne, vor so einem Autoscooter und ich fand das immer cool, dieses, äh, Airbrush an den Wänden und, ähm, aus dem Graffiti auch hat mich das interessiert, so, dann waren da immer die, war immer die coolste Musik da am Autoscooter und, äh, ja, da standen immer die coolen Leute früher da, ne, also die Älteren standen da schon cool ab, so, die Mädels und so, und Autoscooter, dann bist du halt gefahren, du hast noch keinen Lappen gehabt oder was, weißt du, dann bist du da gefahren und man kam sich richtig cool vor so in dem Ding, ne, das war irgendwie so, irgendwie ist das immer noch cool für mich. Ja, und das, ja, dann hatte ich da einfach Bock drauf und ich hab einen Song, der heißt Autoscooter, auch in der EP und, ähm, da hab ich gedacht, ey, ich hab so Bock vom Autoscooter oder beim Autoscooter-Betrieb da mal Konzert zu machen, am besten eine Tour. Ja, und jetzt hab ich tatsächlich noch was, was ich gerne machen würde, wo ich richtig Bock drauf habe, ähm, das sollte auch schon passieren, eigentlich so, es gibt so, äh, Mediemeisterschaften nennt sich das. Was ist das? Das sind, äh, die, die ganzen Mediziner aus Deutschland, das gibt ja überall Unis, Mediziner-Unis, und da gibt's dann ein Riesen-Festival, wo dann, äh, die ganzen Unis ihre eigene Bühne aufbauen, auf so einem Riesengelände, jeder baut seine eigene Bühne, drumherum zelten sie irgendwie und dann machen die da jeden Abend Party, ne, haben mal richtig fette Bühnen auch so gebaut, ne. Geil. So, ähm, und da wollte ich mal, äh, auf den Mediemeisterschaften ne Deutschland-Tour machen, weil dann kannst du nämlich, hast du ein Tie-and-Table, Alter, 15 Uhr Dresden, 17 Uhr München, 21 Uhr Stuttgart oder was weiß ich, weißt du, ich wollte dann immer, und wollte mir aus Pappe so einen Nightliner bauen, ey, so, wo alle drinnen sitzen, so so einen kleinen, weißt du, und dann wollte ich da einfach über das Festivalgelände und dann jetzt, dann müssen wir nach Dresden, zack, alle los, einsteigen und dann drinnen. Ja, da war ich jetzt auch gerade aktuell im Gespräch noch da, mal gucken, ob das was wird. Eine Frage, die mich tatsächlich sehr, sehr krass interessiert, für dein Musikvideo 30 Grad, bist du da vor die Tür gegangen? Ich finde das so geil. Ich bin da echt, äh, nur vor die Tür gegangen, weil ich, äh, von mir zu Hause zum Kumpel ins Wohnzimmer musste. Aber ich, ich, ich finde das so eine geile Idee, also ich finde generell, du hattest ja, also im Prinzip kann man, kann man es ja schon so nennen, dass du, äh, gewissermaßen für, für Dinge schon Trendsetter warst. Ich meine, du hattest ja damals schon ein Buch, ähm, du, also du warst ja, was die, was heute angeht, warst du den Ding ja schon eigentlich einen Schritt voraus. Also was jetzt andere Künstler zum Beispiel rausbringen. Naja, ja, stimmt schon, ne. Das war so ein bisschen der Vorreiter, so, ne, Facebook, Instagram, sehr früh genutzt. Äh, ich würde jetzt sagen, so, jetzt in der heutigen Zeit würde ich noch, also, wenn ich jetzt nochmal an früher denken würde, würde ich sagen, ich warte, warte jetzt nochmal ein bisschen. Ich mach nicht mal gleich so früh, weil dann, äh, ich sag mal, äh, äh, der Impact hat damals, ich war zwar früh dabei, aber der Impact hat natürlich ein bisschen gefehlt. Wenn ich jetzt in dieser Zeit das machen würde, wäre es natürlich anders irgendwie, ne, ein bisschen, würde anders laufen, sag ich mal, das Ganze so, ne. Ja, klar, die Zeit hat sich auch gut verändert. Total, ne. Ja, das, das, das war auch so die Zeit. Ich hatte einfach Bock, so, weißt du, ich hab, äh, da waren viele Sachen, die einfach so in meinem, ich hab ja schon immer Kunst irgendwie gemacht und so und, und hab mich immer, ich glaub, ich bin auch in einer guten Zeit aufgewachsen damals, ich bin ja direkt in den 80er, 90ern groß geworden. Mhm. Und da hab ich natürlich auch eine Menge mitgenommen, so, ne, äh, auch so, ob das Klamotten sind oder ob das eine Ästhetik ist oder sowas. Und da ich ja nicht der Oberprofi war, bin, bla bla, so, ne, äh, für mich kann's auch mal kleckern, muss nicht alles super clean sein und sowas. Und das war dann damals cool, so ein einfaches Video gemacht, sag ich mal, äh, mit dem, was man hatte, Greenscreen, billigen Stoff dahin gehängt, Kopf, Miami Vice hatte ich eh gerade geguckt, so die ganzen, ganzen Folgen, äh, besten Szenen rausgeschnitten, der Song war so 30-Grad-Style, mhm, was ist das? Das ist geil. Mhm. Du bist ja ein Rapper, wo ich find, also du rappst positiv. Also bei dir geht's nicht irgendwie um, keine, irgendwelche Drogen, es geht nicht um irgendwelche Frauen, die sexualisiert werden, sondern bei dir ist alles so positiv ausgelebt. Mhm. Wurdest du zu der Zeit oder jetzt mal von einem Rapper gedisst? Naja, auf jeden Fall. Echt? Naja, ich hab schon ein bisschen, ein bisschen immer mal Seitenhiebe gekriegt, ne, warum macht denn der jetzt so, der kann ja gar nix und sowas, ne, und das ist doch unreal und sowas. Mhm. Äh, weil ich nicht dieses Klischee bedient habe, so. Für mich war das einfach nur Fun. Ich hab immer gesagt, ey, das muss meine Familie auch hören können, ey, wenn meine Mutter sich die Musik anhört und ich erzähl da irgendeine Sache. Ich bin so nicht, das war nie mein Ding, so, ich bin jetzt keiner, der irgendwen abzieht oder irgendwie, äh, ich kann das auch meinen Texten nicht sagen, so. Irgendwie, und dann hab ich einfach so durchgezogen, so mein Ding und viele finden das, also einige haben das natürlich nicht so cool gefunden, das war mir aber egal. Eine coole Einstellung. Mir war's eigentlich egal. Gibt es eine Line, die dir da so ein bisschen im Kopf geblieben ist? Mh, nee, ich fand eine Line, äh, tatsächlich ganz, ganz lustig, äh, von, von Flair, ähm, aber das, das hab ich jetzt auch nicht so böse, also das. Weißt du noch, wie die ging? Das war irgendwas mit Hipster-Hass oder irgend sowas, ne. Ah, okay. Irgendwie so, und dann, aber war lustig, war in dem Video auch so eine Maske von mir, ich hatte so Fitti-Masken, die man sich so vor den Kopf halten konnte und, äh, hat er die Maske da irgendwie gehabt, das fand ich irgendwie, fand ich ganz lustig, aber erwähnt so, ne. Bushido hat mich auch schon mal erwähnt, irgendwie, der hat irgendwie, der Pfandflaschen-Sammler oder sowas meinte, weil ich so ein, weil ich immer so ein Bart hatte und das war damals so ein bisschen, man sieht aus wie ein Obdachloser, so, hab ich auch so, also ja, gut, äh, wenn du das sagen musst jetzt, es ist jetzt. Ja, am Ende ist es eine Ehre, also wenn sie. Ja, hab ich dann, da hab ich einen Song gemacht mit Oliver Kuletzki zusammen, so, äh, Paradies aus Glas und dann da ging's um, äh, Pfandmillionär, so, ne. Ja, Alter. Nicht, aber geil, das ist eine coole Antwort da drauf. Mhm, genau. Hä, also wie du halt sagst, die haben wahrscheinlich Angst, dass man denen da irgendwo so ein gewisses Stück halt auch einfach wegnimmt. Was ist los, Paul? Okay. Paul ist der, der hier sitzt, ist ein ganz hübscher, ne. Und die Zuhörer und Zuhörerinnen hier. Aber Paul ist tatsächlich schon vergeben. Ach. Deine Freundin, die heute Geburtstag hat. Ach echt? Wollen wir so ein kleines Ständchen singen? Ja, lass mal. Ja? Kannst du dir den schicken, Paul? 3, 2, 1, Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Ist doch Englisch. Happy Birthday to you. Jetzt auch zu. Happy Birthday to you. Uh. Ich glaub, wir machen jetzt langsam mal Schluss, bevor wir das weiterhin ausschreiten. Aber eine Frage zum Abschluss hab ich auf jeden Fall noch. Würdest du alles nochmal genauso machen? Nee. Nicht? Mmh. Okay, dann müssen wir jetzt wieder ausschreifen. Warum nicht? Mmh. Ich würd's jetzt auf jeden Fall ein bisschen organisierter. Weil man selber organisierter geworden ist. Also ich bin immer noch ein Chaot. Ich bin jetzt hier nicht der, der so, ne. Also ich komm immer pünktlich und sowas. Mhm. Schon immer. Aber ich würd's organisierter machen. Nicht so Hui und hier und da. Natürlich so in künstlerischen Phasen. Kann man machen, was man will. Muss man auch so ein bisschen, also da muss man so ein bisschen ausschweifen auch. Aber ja, man hat super viel Zeit verloren sozusagen, weil man irgendwo rumgelümmelt hat oder sowas. Dann würd ich lieber sinnvollere Sachen da machen, so. Und also natürlich von dem, was ich mache, würd ich's weitermachen. Ich hätt natürlich ein paar Sachen so, ich sag mal so, ich bin mit dem zweiten Album nicht ganz so hundertprozentig zufrieden, weil da war dann so ne Maschinerie dahinter und du musst das jetzt so machen und machst so. Und wenn du das Foto nicht nimmst, dann kriegst du, du hast hier einen Vertrag und sowas, so ne Sachen halt so. Oder das ist die Single, die muss so sein und da, der und der mitgeschrieben, das muss jetzt, also. Also keine künstlerische Freiheit mehr. Ja, eingeschränkt, hart eingeschränkt, ne. Da würd ich schon ein bisschen krasser drauf achten, so, ne. Nicht mehr, also, nicht mehr so viel, also, konnte man ja, man hatte Verträge. Also würde man anders, würde ich jetzt anders gucken, auf jeden Fall. Aber ich würd sagen, wir sind jetzt am Ende. Lieber MC Fitti, ich danke dir vielmals für deine Zeit, dass du hier warst und auch offen und ehrlich geantwortet hast. Ich drück dir auf jeden Fall die Daumen. Ich freu mich auf deine Ausstellung. Würdest du noch was sagen? Ja, danke für die Einladung hier, schön, hast du gut gemacht so hier alles. Danke dir. Sehr gut informiert, ne. Gut siehst du auch aus, ne. Die Tür kann ich nur zurückgeben. Ja, und an alle da draußen gesund bleiben, ne. Definitiv. Ich würd sagen, das war's mit der nächsten Folge von Talk of Fame und wir sehen uns bei der, oder hören uns eher bei der nächsten. Tschüssi Korski. Tschaui. Tschau. Tschaui. 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 Vielen Dank.